So, und da haben wir wieder 1,25 Millionen verdient. Oh, das wird eine Schnibbelei. Ich würde gerne mal sehen, um den Bericht zu geben. Ne, halt, zurück, äh, zurück, kann ich nur, ja, zwei Spiele. Auckland, und neu veröffentlicht die Siedler online. Ich weiß, es geklaut. Oh, wenn ich Kampagne. Auckland nicht. Die Siedlerentwicklung auf 75%. ... ... ... Das war's. Wirtschaft online, äh, Wirtschaft online. Oklin-Tamen war auf 100%. Nein, die Zangen gehen zurück. Spiele für Losen. Ah, ok. Ah, oklin-Tamen. Ah, oklin-Tamen. Ah, oklin-Tamen. Ah, die Zangen gehen zurück. So, jetzt müssen wir hier wieder gucken. Hm? Ah, oklin-Tamen. Ah, oklin-Tamen. Und 2 Millionen. Gleich ohne Millionen. Knapp. So richtig so hoch. Ah, oklin-Tamen. Takt auf 0-Tamen. Um, genau. So richtig so hoch. Ah, oklin-Tamen. So richtig so hoch. So richtig so hoch. Ah, oklin-Tamen. So richtig so hoch. Gameplay ist verpäsert. Ah, das ist so. Auch schon fertig? Oh, das ist so. 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 Oh, das ist so.